Hallo Leute hier ist wieder euer T-Helo. Ich habe das jetzt freigerubbelt und den Code zeige ich euch jetzt. Wenn es euch zu kurz ist dann pausiert einfach bitte. Der erste wie gesagt der den Code benutzt hat dann eben den Gewohnsauß zu sagen. Hier ist das. Befolgt einfach die Anweisungen die hier auch auf der Karte drauf stehen. Dann seht ihr das alles. Und wie gesagt das ist für die Plattform PC. Also nur damit ihr bescheid wirst. Ich hoffe dass ihr dann hiermit viel Spaß habt. Dann bis bald euer T-Helo.